Da! 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 Oh, das direkt ein Spieler! Alles klar Sven, ich sehe nämlich da! Okay, gleich hat er oben. Ready to pen, wir sind wieder back! Eine neue Runde, neues Glück! Vielleicht schaffen wir diesmal den ersten! Das war den längsten. Wow, gut. Okay, wo wollen wir hin? Okay, das ist gleich nicht klar. Ich bin für Prison. Aber was ist aushalb der Zone? Ja, aber die Zone braucht ja am Anfang welche. Das heißt, wir können uns auslösen und gehen dann in die Zone. Okay, gut. Wenn du was sagst dann... Alter, bis hier weit unten. So ist bei deinem Ding bin ich fast angekommen. 200 Meter noch. Ja, das muss ich laufen. Ja, weißt du, ich muss direkt hier abstauben. So macht man das. Okay, jetzt hier war's. Hat jemand geschossen oder hab ich einfach zum Glaster der Fahrt? Weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Weißt du nicht, wie du jetzt da reingegangen bist. Gerannt. Wo rein? Das ist ein Helikopter. Das wenn, also fertig looten und dann haben wir mit dem Heli ab. Oder Plan, ne? Okay, weil die ganze Zeit fliegen. Ja, dann kannst du ja gleich fliegen. Nee, ich kann nicht fliegen. Ja, du machst das schon. Ja, du machst das schon. Was, bei mir oben ist noch eine Kiste. Die habe ich aber noch nicht geloht, weil ich jetzt mal die Plünderungen da holen möchte. Ja. Dann komm ich durch. Ah hier. Echtes Ziel entdeckt. Wasserplatte? Ne geil ist gar. Okay, ne PKM. Probieren wir mal. Das ist ne gelegen derer. Noch ne gelegen derer Gasmaske. Alles klar. Noch ne Drohne. Sven hier oben liegt ne Drohne. Ja. Falls du eine haben möchtest. Raus auf Totenstille. Jetzt fällt Ausrüstung. Ja, also bei mir kannst du dir alles gönnen. Wo bist du? Hier. In dem braunen Gebäude da? Oder wo war das? Hier unten. Da wo die Tür auf ist. Da oben in dem Turm. Alles für dich. Okay. Alles gut. Wer fliegt hier mit dem Pili? So, ja. Da kommt einer. Ja, da kommt einer. Was denn? Der Heli ist abgestürzt. Ja. Es Rewind Time. König bitte. Wo bist du? Hier. In dem braunen Gebäude da? Warte, warte. Hier unten. Da wo die Tür auf ist. Da oben in dem Turm. Alles für dich. Okay. Wer fliegt hier mit dem Pili? Achso, ja. Das ist egal. Da kommt einer. Da kommt. Was denn? Der Heli ist abgestürzt. Scheiße, ich hab keine Mundi mehr. Nein, nicht viele. Boah. 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 Bei dir? Irgendwie von oben wurde ich abgeschossen. Okay, der kommt. Boah. Ich sehe ihn. Wo ist er denn? Oben, an dem anderen Turm. Noch einer hier. Ja, der ist gerade gelandet. Der hat Gulag verloren. Äh, gewonnen. Okay, direkt bei dir da in der Eck. Ja, da kommt er zu dir. Da kommt zu dir. Einer ist down. Ja. Aber noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Okay, er ist genau ganz oben. Ganz oben? Oben? Bei mir ganz oben. Oder wo? Ganz oben war halt den Turm da an der Spitze da. Alles klar, dann geht er ab. Wow, 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 wow. Is down, is down. Ok. Jetzt ist er tot. Ich brauche Platten. Ich brauche Platten und Muni. Ich hab gar nichts mehr. Komm, sonst komm zu mir. Zu mir hoch. Auf dem Weg dahin findest du genug. Ja, nee. boah und ist okay wir müssen sofort los sind ich habe genug also das war aber 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 ich habe 5 hatte wirst du vor ihr 3 okay wie ist das eigentlich er wird gewonnen hat na ja dann sind genauso quasi wird so umfängt die grunde dann mit falschen fährt wir sind beruht was keine ausrüstung und wenn du dann wieder stirbst bist du bist doch ein blatt und muss eigentlich freigekauft werden also gut gibt eine gratis chance ach so für die runde vergunten zwei kids was deine heli rein mit dir bist du drin ja das klar steigen ich hatte so eine geile waffe ich hatte eine goldene ak aber keine muni dafür du ich war im feuer gefecht ich musste die loswerden das sagst du jetzt ich hätte damit geben können wo willst du hin zu sein weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht welche ich fahre ich fliege gerade ich kann jetzt nicht mehr kaufen okay ich habe mir auf wir sind okay dauernd von köpfen vergessen weil wir erst mit airport okay du magst du schicken ab markiert alles klar ich kann das ist das tauschen soll machen wir auch nicht scheiß das sind das eine dritte rüstung noch nicht nur erwartet jetzt ich hoffe hier sind nicht viele wir wären sehens wenn auch ja 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 ich bin ich bin direkt Ok Sven, du sollst mir bescheuert sehen. Ok, hin in der Ecke. Oh, du bist tot. Ja! Ne. Ah, ich hab's geschafft, ja cool. Doch. Ja gut, ich lande genau da, wo wir gestorben sind. Wo du gestorben bist. Ok, ich hab's nicht geschafft. Oh, direkt bei mir sind Leute, also hier war sowieso nicht gut Sven. Oh Gott, hier war sowieso nicht gut Sven. Abdrehen! Na gut, jetzt fehlen noch 4000, dann kann ich hier wieder bleiben. Ok. Der Rest von mir sind die Leute, das heißt. Ja, das ist Riesengebäude, das ist bestimmt frei. Weil sich alle denken, deswegen ist das gut. Was kann man nicht, weiß man. Alter, hab ich mich erschrocken. Was war das denn? Oh, längst für müssen wir spielen, alles klar. Und laufen. Was denn der? Da. Da. Alles klar. Habe ich gesehen? Gehört? Weiß ich nicht. Überminder. Steht ab. Ja. Fuck! Fuck! Hey 43, die Zahl kann ich nicht. Was kann doch, bis zur nächsten Runde. So, leider. Finale Runde. Hoffentlich läuft jetzt ziemlich richtig geil. Aber schon, wir Sven und ich gemeinsam einwand machen. Muss ich immer abwechseln. Oh Mann, ey. Wir brauchen natürlich das immer noch. Oh, so. Und, dass ihr da noch gefallen daran habt. Und das nicht schon wieder bei euch ausgelutscht ist. Schreibt mal in den Kommentaren, wer ihr vielleicht findet, das würde mich auch mal interessieren. Pro Kontrast so quasi. Ja, wo meinst du was da hin? Ich sehe jetzt im Fernsehen. Okay. Bei tausend. Bei tausend. Bei tausend Sprenges. Sobald hat die 1 0 0 0 steht. Okay, ich stehe da nicht. Alles klar raus hier. Wow. Ja, das stand da halt nicht, weil wir genau straight daran vorbeigeflogen sind. Ich werde lange nicht ankommen. Ja, du bist ziemlich von unten. Ja, ich weiß. Und du hast nichts von dir ein. Oder war viele zu fernsehtour? Ja, was ist das? Das ist klar. Abdrehen, abdrehen. Oha. Hier ist hier schon. Ich gehe dann da hin. Oh. Ich bin Schussbaum, äh, gelandet. Ja, gg. Ey, du gehst hier erstmal hin. Ich mach's jetzt hin. Du musst bei dir hin. Ich wohne bei mir. Ficken. Nein, leid sind immerhin. Okay, hier oben hat sich überhaupt nicht gelohnt. Okay, da gelandet wieder welche? Hätte er uns quasi. Da wo der quatsch steht, da ist einer gelandet. Und bei dir ist es zwischen uns ist einer. Und nur da oben. Weiß ich nicht. Zwischen uns. Habe eingekillt. Du bist richtig, ist es. Das ist nämlich genau bei mir gewesen. Was? So bitte so? Ja, okay. Wir sind mitten in der Saison. Ja, ich habe eine Talung freigeschaltet. Man kann echt mal nicht machen. Werbung für die Sonne. Aber ist echt cool, ne? Also kann ich echt empfehlen. Ralf, äh, ist zum Beispiel auch ein guter Moderator. Ralle, falls siehst, äh, grüß sie hinaus. Ja, ich bin ein bisschen stark. Ich bin gleich da. Oh! Ja, den habe ich mir geholt. Oh nice. So gut. Und jetzt? Was? Kann man Fallschirm machen? Ich weiß es nicht. Alles klar. Ja. Easy. Cover? Cool. Hehehehe. Das easy sind in meinem ganzen Leben sind. Okay, hier ist vielleicht einer, wo ich hier bin. Ich bin drin. Ich bin durchs Dach gekommen. Was ist hier der Wichse? Da auf dem Dach. Ach, da habe ich nicht mitbekommen. Das ist mobile Deckung, ja. Können wir mit. So. Ich habe das verlassen. Und. Rupi! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, ich bin sehr gut. Ich hoffe. Ähm, Ecke wird auch schon dran. Dann sehe ich das echt einen guten Stern. Auf jeden Fall. Ja, danke Digga, für die Info. Hätte ich nicht gedacht. Fein aufpassen und überleben. Boah. Krass. Ja. Das Spaghetti ist. Guckt man sich um die Sachen nicht an. Okay, die Tür ist hier auf. Welche? Unten. Okay, ich bin oben. Erste Etage. Ich bin im Erdgeschoss. Ich bin hier im Fansitzen. Das ist easy. Hätte ich auch kurz nach oben. Mein Raum steht aus Fenstern. Geil. Hier ist ein Fensterraum, wo ich bin. Freude sießen. Da kommt man sie. Und hier wird für die Scheibe. Ich hätte die ganze Zeit hier in diesem Tour. Sie einen müssen wir noch hören, oder? Passierte dich. Die Tür war auch unten, ne? Ja, aber einfach mal noch eine Kiste. Wow. Hast du weit oben? Naja, das kann schon nicht. Aber ich bin drauf zu machen. Warum? So hast du halt wieder mit falschem Wunder. Das ist ja easy. Wo sie nächste Saison, ne? Ja, easy. Kein Ding. Hehehe. Hehehe. Was sonst so? Hehehe. 12. Ah, hier ist ja die Küste. 13. Ja. Sie sind kaputt. Ich sag doch gerne. Das ist gar ungewöhnlich was hier haben möchtest. 18. 9. Mit welcher ich hin hocken ich habe echt nur für nahe kommt das ich meine für die stadt natürlich nicht schlecht aber das gesamt für die situation ist ja ich bin wieder und was habe ich bereits verwendet dass wir abzeilen um als erlauben das in europa es wird wenn du schon wieder ziehen um ein bisschen ich habe mich nicht erinnert der gesetz das habe ich jetzt bist du erinnert dazu Brust wo er geklappt das okay das wenn auch Brust ich schütze mal so die Präsentation zu sehen Prozent so weiter hinzu der Kürtel und du bist wenn die eine Ecke ich gehe die andere hier links und das kommt ja da will ich habe da will ich habe guckt er hält er holt mich 3000 dollar bekommen vereitelt er lässt sein gehalten was b so viel zeit ist so viele sachen freigaden doch aber noch eine kreft anbänden ausgedreht oder so abwarten können wir aus wie sie es sind kann ja das ist ja gut drin das sind im norden oder osten das wird nicht jeder stadt enden hätte ich mir nicht vorstellen wer war lustig was das auch geil wäre wenn wir jetzt ein sniper hier hätten so schön vom dach unter snyp ja aber holger und ben wollen ja beide nicht ne leider nicht denn ja beide ist ein lützer weißt du wow da ist ein schönes kaputt krieger ok auf zeit enden hält nicht ewig was sind dafür dann typisch äh helix fliegt da oben ist abgestürzt hätte ich auch gesehen in dem moment auch so da riechenbu report dass ein helio ist abgestürzt das war die news von sven jetzt zum wetter mit janik es kommt dichter nebel auf der könnte giftig sein da verrecken leute drin ach du scheiße lassen sie es mal sein und corona gibt es auch noch jetzt sind wir noch gerade so in der zone aber wir sind halt noch ok das heißt wir müssen gleich weiter los rennen süden ah siehst du der hat immer guter geworden der landet auf dem dach wo der helio geschützt ist ich höre schritte ja bei mir oder doch bei dir bei dir kann ich eigentlich nichts hören ne bei mir definitiv bei mir ok es sei einfach glaub ich auf dem dach irgendwie da schießt hinter uns ja das quasi trege ich ihm ein quasi auf der gleiche position fasst ja er kommt nice ja das ging ja easy zu werden was schweißt du dich dann ich habe Angst dass da noch einer ist du kriegst eine anzeige wenn du das gold ausgelöscht ist und die tür wieder zu mein dud ok da hat eine sniper die will ich haben das ja das sind wir noch in der zone ich wette nicht rechts von uns sind wir sind ne sind wir nicht äh hinter die war irgendwie was also auf der karte ja aber das auf der gebäude wo du ihnen gezeigt hast ne genau hm wollen wir gleich wollen wir runterspringen vom dach ja warte musst du nämlich weiter also ich werde nicht die waffe tauschen ok wohin wie viele musst du das ist ein bisschen also hinter uns ist auf jeden Fall ja dahin können wir alles klar oh das ist der rechte Spieler quarrelation ok gleich hat er oben ist down und genau jetzt ist meine Muni leer RGG nein nein wir werden beschossen ich bin tot alles klar gulag nice was ist wenn ich glaube an dich ich habe noch eine Chance auf Gulag also direkt unten im Erdgeschoss wo ich reingelaufen bin da war im Eingang einer der hat mich weggeballert das war keine schnelle ein überleben erlaubt einen erneuten Einsatz ach du scheiße ich bin immer auch hier im Hänger das ist doch cool ich habe echt Angst mich zu bewegen weil aber hast du mir platt für Ausrüstung ja Gulag freigeschaltet ich habe Schritte? bist du das? ne ich muss erstmal spawnen ich bin auch weit weg von dir ich kann das nicht sein ich habe fast vergessen den Fallschirm auszulösen ach du scheiße okay du bist gerade oder? ja kannst du mir kurz dein echo geben? ne wir müssen wechseln hier ist keine zone mehr ja ich brauche aber Weste ey es kommt keine zone ach du scheiße kann das hier rein gehen? okay 17 teams noch hoch ich kann nicht fern du machst ja ich sag bescheid ähhhhh jetzt ja ja aber schließend dann auch die dann sich richtig hinhauen das ist schon nicht schlecht das hat mich beim ersten gerettet wie du für sich gefühlt haben muss weil sie auf am als der angeflogen kam oh ja hier war auch schon was los oh ah hier ist noch eine sehr krasse Sniper das habe ich dafür eine neuer Sicherheit von einer vertauscht worden oh ich habe Legitär okay du hast hier Legitär dann nehme ich die Ebenstücke so das passt doch alles das passt doch alles das ist ja alles ok genau wie wurde der hier denn gekippt wo 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 pass auf fertig ok ich bin tot ja der aber auch scheiße alles gut alles gut alles gut da war ich zu hier greedy ich wollte nur rausgucken ob da was ist ne und dann haben wir Zeit ok 13 Leute noch scheiße warum mach ach so weißt du wieder beim Finale wieder die Runde vor der Folge ist wieder krass oh man hätte ich gedacht ich hätte die Runde noch wieder einstieg vor nächster Vorratstation anfordern ja du kannst mal zeigen wo die nächste wäre wo wäre die denn oh ist ok du kommst nicht mehr wieder die lief in Gas ach so ach so noch 10 weiter so oh top teil bei dir sind die Schüsse näher das Gas breitet sich aus ja und noch kommt ja nichts ich warte so lange bis ich muss würde ich auch machen lass die sich alles schön selber killen für mich ist natürlich mit falschen bilden easy ziel aber ich komm irgendwie schon runter das krieg ich schon hin ich verschritte ich verschritte ja ja da da ist er reingegangen auch schuld arg oh shit ne warte mal kurz fuck 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 da kommt noch einer von hinten ach leg nicht oh nur vierter ok der elf typen gekillt der mich gekillt hat Das war wieder eine wunderschöne Runde Warzone. Hoffentlich habt ihr genauso viel Spaß wie wir Spannung und Adrenalin haben. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.